Liebe Bewerberinnen und Bewerber, zurzeit ist für Sie Ihre Berufswahl Ihr wichtigstes Thema. Bei dieser Entscheidung wünscht sich jeder von uns natürlich für sich selbst zukünftig die persönlichen Stärken richtig einzusetzen und im besten Fall auch noch etwas für das Gemeinwohl zu tun. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie sich derzeit im Einstellungsverfahren für eine Tätigkeit bei der bayerischen Steuerverwaltung befinden. Das Finanzressort übernimmt sehr bedeutende Aufgaben. Zukünftig könnten auch Sie einstehen für das finanzielle Rückgrat des Freistaats Bayern. Sie könnten einstehen für eine effiziente staatliche Verwaltung. Unsere Beamtinnen und Beamten leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Funktionieren unseres Staatswesens. Ohne Steuereinnahmen würde kein Polizeiauto fahren, kein Lehrer könnte unterrichten, kein Krankenhaus würde funktionieren. Mit Ihrem Elan und einem frischen Blick können Sie der bayerischen Steuerverwaltung neue, wertvolle Impulse geben. Sie als Digital Natives sind mit der Digitalisierung aufgewachsen. Und Sie können nun im Rahmen der Ausbildung beziehungsweise Ihres Studiums zu Expertinnen und Experten in unserer digitalen Steuerarbeitswelt werden. Wir bieten Ihnen attraktive Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen und zuallererst eine Übernahmegarantie nach einer erfolgreichen Ausbildung beziehungsweise nach einem erfolgreichen Studium. Der Freistaat Bayern ist ein moderner, ein attraktiver, ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Profitieren auch Sie unter anderem von einem krisensicheren Arbeitsplatz, von vielfältigen Teilzeitmodellen und Homeoffice? Die Tätigkeit in der bayerischen Steuerverwaltung umfasst sehr spannende Arbeitsbereiche in ganz vielen unterschiedlichen Einsatzgebieten, wo verantwortungsvolle Aufgaben und ein tolles Arbeitsumfeld auf Sie warten. Es wäre mir eine große Freude, Sie bei der Bayerischen Steuerverwaltung zu begrüßen. Hoffentlich sehe ich Sie zum traditionellen Festakt im Rahmen der Vereidigung am 9. Oktober 2023 in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Zunächst aber möchte ich Ihnen schöne und erholsame Osterfeiertage wünschen. Und falls Sie sich gerade im Lernstress für Ihre Abschlussprüfungen befinden, wünsche ich Ihnen natürlich ganz viel Erfolg dabei.